Hallo und herzlich willkommen zur Online-Veranstaltung des Berufskollegs an der Ludwig-Ehrhard-Schule. Dich interessiert mehr als nur die graue Theorie? Du möchtest gemeinsam mit anderen etwas erreichen? Dann bist du am kaufmännischen Berufskolleg der Ludwig-Ehrhard-Schule genau richtig. Unsere zahlreichen Angebote unterstützen dich dabei, deinen Schulalltag erfolgreich zu meistern. In der Einführungswoche zu Beginn des Schuljahres lernst du nicht nur deinen neuen Bildungsgang kennen, sondern erfährst auch, wie du erfolgreich lernen kannst. Gemeinsam entwickeln wir Konzepte, die dein Zeitmanagement und deine Konzentrationsfähigkeit optimieren. Die Teamarbeit wird insbesondere in der Projektkompetenz gefördert. Die gemeinsame Planung und Durchführung eines Projektes bereitet dich optimal auf die Arbeitswelt vor. Auch fachlich wirst du beraten. So bieten die Mathelehrer beispielsweise eine Sprechstunde an, in der du Fragen zu unklaren Unterrichtsinhalten stellen kannst. Doch die Ludwig-Ehrhard-Schule hat sehr viel mehr zu bieten als nur Unterricht. Du kannst bei Betriebsbesichtigungen hinter die Kulissen großer Firmen in der Umgebung blicken und erste Kontakte knüpfen, dich bei Sportturnieren auspowern, am Gesundheitstag etwas über das Shisha-Rauchen erfahren oder aber bei Charity-Aktionen an der Schule Spendengelder für den guten Zweck sammeln. Wie du siehst, das Angebot ist vielseitig und abwechslungsreich. Denn für deinen Lernerfolg braucht es so viel mehr als nur ein Buch und die richtigen Lernmethoden.